Es ist sie! Wer bist du? Und was willst du? Ich will sprechen. Deine Sprache! Und ich will, dass du deine Rathalos hervorhebst. Es ist sie! Also, du warst uns allein hinter uns, Zealad. Es sieht aus, dass sie uns umgekehrt haben. Wir denken... Was planst du mit Ratha machen? Du bist immer so perceptive. Und trotzdem... Du hast keine Ahnung, was in dieser Welt zu sein wird. Die Licht aus den Pitten wird stärker und veränderst. Die Licht aus den Pitten. Wie ich sie sehe, Altura hat die Welt auf einen Weg zum Verkaufst. Altura? Das ist der Name des Monster, die du heißt Exalted One. ein glückliches Name. Ich werde euch sagen, was ihr nicht wisst. Unsere Welt ist nicht für ein Verbrechen, wie du sagst. Die Erwachsenen Erwachsenen ist einfach der erste Schritt nach dem Wunsch einer ganz neuen Welt. Alles wird verletzt, um zu werden, um neu zu werden. Und ich wünsche mir das neue Welt, um das Erwachsenen Erwachsenen zu sehen. Was ist das Kind? Du bist okay mit unserem Welt zu verletzt? Du kannst auch sterben, du weißt! Alle Dinge in diesem Welt sind zu betrachten, um den Zyklen der Tod und der Erwachsenen zu werden. Es ist grundsätzlicher Arroganz, um zu denken, dass wir uns verletzt werden können. Wer will? Ich will nicht sterben! Gib mir die Rathaus. Ich werde Zellert verprügeln. Ich werde die Erwachsenen erwarten, um den Erwachsenen zu erwarten. Du wusstest alles alleine, nicht? Dass Rathaus nicht der Erwachsener der Kalamitie war. Haha, Ringer of Kalamitie. Was Fiktion. All monsters simply fulfill the life they were born into. So too does the Exalted One. Red tried to stop Altura from destroying the world. And Guardian Ratha did what he could to protect Ratha. All so that we could finish the job. We won't let you awaken it! Red had to go before he learned the truth about the Exalted One's awakening. Had he known what I know, he would have tread the same path that I walk now. That's not true! We're going to finish the work that Red started. It pains me to hear you say that, Anna. I was sure you would understand my point of view. Nee. You listen to me! Rath has been putting his life on the line to protect us! I'm gonna fight for him now! I'm down for a fight. I'm ready. You intend to stand against the Exalted One? How foolish. Ein Monobloss und ein Zinokre. Ein Pararis. Die sind easy erledigt. We won't let you get your dirty boss on Ratha! I've got your back. Go! Das wird easy. Das überspringe ich eventuell sogar. Aber nur einmal kurz für Sellard. Ich halte eigentlich gerade den Mittelfinger hoch. Okay, dann verprügeln wir euch mal eben kurz. Du warst ein Geschwindigkeits- und du warst ein Angriffstyp. Wer von euch zieht gerade auf mich? Ihr beide. Dann mache ich erstmal einen Schlag auf den da. Also den Kampf überspringe ich auf jeden Fall. So Leute, den ersten Kampf habe ich jetzt schon mal geschafft. Da kommt der zweite mit einem Höhlen-Tinokon-Bachian-Tigrex. Das lasse ich mal drehen, weil wir den Höhlen-Tinokon noch nicht als Gegner hatten. Er will nur AT wahrscheinlich angreifen. So, hier ist er beides Kraft-Typen. Deswegen wechsle ich meinen Monobloss gegen meinen Hund aus. Ich spiele einfach darauf, dass ich einfach alle angreife, weil die Rider echt schnell tot sind. Ich gehe jetzt auf Bogen. Ich habe die Ausbreitungsschüsse hier. Kann ich alle mit treffen. Ach, ein Bogen. Oh Gottes Willen. Äh. Ausbreitungsschuss. Pam. Ich glaube, Parabellschuss wäre besser. Der ist schon K.O. Seht ihr, wie schnell das geht? Mein armer Hund. Dracophag-Schüsse. Autschen. Hier kommt ein Kraftschuss. Ich mache einfach einen starken Schuss auf alle, ne? Einfach einen Parabellschuss. Das tut natürlich weh. Aber wir machen beide Parabellschuss. Das heißt, das ist jetzt vorbei. Es muss nämlich nur ein Team verrecken. Einfach Parabellschuss. Dann geht das schnell. Beide zu besiegen ist nicht gerade schwer. So. Kai macht auch noch einen Parabellschuss. Dann ist das erledigt. So, jetzt müssen wir nur Salad verfolgen. Das war wirklich, wirklich easy. Ohne Witz. Wo ist er? Wo ist Salad? Wo ist er? Wo ist er? Und die versuchen wir jetzt auch zu halten. Ach, du bist unschuldig. Don't sweat it, Lillia. I knew you'd come around sooner or later. There wasn't a doubt in my mind. Nappiru. Anyway, don't beat yourself up about it. Und der Land muss auch noch festgenommen werden. Lass mich raten. Auf unserer Insel? Wusste ich's doch. Sofort dahin, ne? Die feiern ihr Fest und in Wirklichkeit ist da die Kack am Dampfen. Nö? Ja komm, das Böse. Ne, das sind wir. Ich dachte, das wär Selat. Ja, da ist die Kack am Dampfen. Das Wasser hat auch ne andere Fahrbahn genommen. Ja, da ist die Kack am Dampfen. Oh, Tula ratzelt aus. Zeit fürs letzte Gefecht, ne? Oh, man, das ist ja. Ja, da ist ein Trailer. Bye-bye. Ja, da ist das Ding. Los, meine Rathas! Wir haben schon den Rathalos. Weg mit den Dingern. Sie kämpfen. Oh, das ist schrecklich. Was wird passieren? Ich bin der Schmerz. Beide auf, okay? Tsukino, wir gehen auch. Jetzt ist die große Mission. Okay, Rathalos. Bleib ihnen sicher. Das Ende naht. Zeit fürs letzte Gefecht. Ich sollte mir vorher noch mal das Gebecht vielleicht holen, weil es ist, glaube ich, weg. So, Leute. Es ist Zeit für den letzten Kampf. Fliegen wir zu Ortsula. Und wir kämpfen natürlich mit Rafa. Äh, ich guck mal eben kurz, dass ich mir die beste Ausrüstung eben kurz nochmal anlege. Wir nehmen die Nergel, äh, äh, ner, gigante Großschwert mit. Den Riesenhammer, den ich einmal eben kurz aufgebessert hab, als ich im Dorf war. Und dann am besten irgendwas, das Perforian noch mit drauf hat. Ja, da würde ich den Dios-Flieger nehmen. Und dann nehmen wir noch die Zinoke-Rüstung. Und hoffen mal aufs Beste. Ich schätze mal, ich muss jetzt den ganzen Weg da rein. Äh, gibt mir ne Sekunde. Ich will da vorne eben kurz abspeichern. So, hab eben kurz abgespeichert. Ich schätze mal, ich muss durch den ganzen Bau einmal durch. Ja, ist der Ort. Nee. Zeit ist zu beenden. Erinnert es aber nullnötig für den Kampf. Wer hätte gedacht, dass ich mit Kall das Ende hier durchstreite. Also, das war klar. Da, wo es, äh, anfängt, da hört es meistens auch auf bei RPGs. Das ist sehr normal. Äh, und ich muss tatsächlich, glaube ich, einmal eben kurz hier durch. Wir sehen uns am Ende. Hier sind übrigens auch alle, äh, verstreit gewesen. So, Leute. Wir sind kurz vor dem Finale. Wir sind auf dem letzten Zielgeraden. Seid ihr bereit? Für das Finale, Leute? Ich hab nochmal in dem Pellin-Bau hier in der Nähe abgespeichert. Wir sind bereit. Wir können uns gar nicht mehr weiter vorbereiten. Ich hab sogar nochmal alles hergestellt, was irgendwie herstellbar war. Und da liegt ein toter Rafa. Zeit für die letzte Schlacht. Der Stärkselle Reifers. Willst du jetzt nichts Hordens verstreiten, ne? Ich wollte schon sagen, ich will nicht den Rechte-Raper verkloppen. Die sind aber nicht. Den Zellertrat. Das ist mein Rafa. Das ist mein Rafa. Das ist mein Rafa-Los ist der Schlacht, um den Verletzten zu erinnern. Der Prozess kann nicht beendet werden, ohne die Verletzung des Monster zu erinnern. Du... Du willst immer noch die Welt zu erinnern? Was ist falsch mit dir? Eine sehr gute Frage. Alter, ich stehe hier so hart in den Hintern. Aber verschüttel ich ihn einfach ab. Ich habe die Kraft der Kinschaft. Sie sind Freunde. Sie sind Monster. Die Menschen tragen die Kraft von allen, die sie treffen. Das macht sie stark. Meine Freunde hier haben mir das erzählt. Ich glaube in die Kraft der Sicherheit. Sie sind nicht so hart. Ihr könnt hier in den Verletzten stecken. Wenn du etwas wie Red bist, dann muss ich verstehen. Es spricht vom Anfang einer neuen Welt. Of needing this Rathos to fulfill it's wish! Ratha! Kept lugging an! Mit seiner letzten Kraft? Sehe ich noch mal Red? Rathos will guide you. Lass uns aufsteigen. Well, now it's your turn. Us? Will it seriously let us ride it? Kyle sieht nicht glücklich aus. Ich glaube, er reintet zum ersten Mal. Rein da! Ja, der Wechter Ratha tut das nicht gut. Er kämpft. Er kämpft. Wir müssen ins Auge des Sturms. Er hat ordentlich Schaden kassiert. Ja, die sind tot. Und... Das ist der Lahrt. Ja, der Wächter Ratha hat alles gegeben, was er konnte. Gebt mir meinen Ratha zurück. Sonst wäre ich sauer. Und du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Hehehe. Hehehe. Er ist schwer verwundet, der Wechter Ratha. Oh. Dann müssen wir ihn retten. Oh, hier ist ein Bau. Ich speichere ihn kurz. Leute, ihr könnt mich jetzt hassen. Aber ich werde das hier jetzt nochmal in einen letzten Part unterteilen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten und hoffentlich letzten Part der Story wieder. Ich mache das jetzt extra, weil ich keinen Stundenpart haben will. Und das hier wahrscheinlich noch ein bisschen dauert. Also bis gleich. Beziehungsweise beim nächsten Part. Tschüss.